Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf dem Frühling von Kalle den Ultramapper. Ja, von Kalle den Ultramapper. Ich räume hier gerade meine grandete Malheur weg, ne? Aber ich schmeiße die jetzt nicht mal oben auf den Bogen. Das ist mir zu viel Aggression hinterher. Wir schmeißen die jetzt noch da. Ich weiß ja noch gar nicht, wie wir die da oben wieder runterkriegen sollen, aber ist ja auch egal. Das olle Förderband habe ich verkauft. Schön, aber... Ja, ihr habt es ja selbst gesehen. Das rutscht ja mehr durch die Gegend, wie das fährt, ne? Oder stehen bleibt. Weswegen ist das jetzt erstmal wieder weg. Ja, dann habe ich mir gedacht, du hast ja keinen Schlepper an den Hof, ziehst du den Wagen eben hinterher hin. Ja, wie schön ist. Wollen die ganzen Ballen... Aber nicht mehr Innenwagen, ne? Gut, dass der nur gemietet war. Der ist nämlich auch schon wieder weg. Nein, 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 ne? Irgendwas ist immer. Die Puma ist noch am Walzen. Mir juckt die Nase. Irgendwie bin ich nöckelig. Ich weiß nicht, warum. Ich bin heute echt nöckelig. Ich sollte echt nicht aufnehmen, aber... Hat man halt so torbe, ne? Und ich kann euch nicht mal sagen, warum ich so nöckelig bin. Aber egal. Das haben wir auch gleich geschafft hier. Ein Segen. Echt ein Segen. Ich glaube, wir mieten uns gleich eben mal ein Gespann, dass wir die letzten beiden Wiesen eben abmähnen können. Fix, ne? Dass wir da auch mal noch einen Checkhawken hinter machen können. Dass wir dann jetzt mal so langsam, aber sicher, wenn alles gewalzt ist, auch auf den nächsten Ingame-Tag gehen können, dass wir mal ins Bauprojekt starten, ne? Irgendwie sowas. Weil immer nur Ballen fahren und dies und das. Klar machen wir das noch immer zwischendurch. Aber das können wir auch den ganzen Winter immer noch machen. Weil die da immer nur hin stapeln und dann nicht wegkriegen, ist auch nicht immer so Premium, ne? Würde ich mal sagen. Ne, wir gucken mal. Ich wollte aber die zwei Wiesen noch gemäht haben. Das haben wir auch mal erledigt. Ein Segen, ne? Siehst du, wie es schon wieder aggressiv bleibt. Heider nein. Heider nein. Aber wir haben hohe. Ich habe ein Shader-Cache gelöscht, ne? Normalerweise ist doch das Flackern dann von den Bäumen weg, ne? Aber irgendwie ist das immer noch da. Da, Bläschen. Guck mal. Mach mal auf den Lorden hier. Gehst du jetzt auf? Sind wir Witze, mich hier voll ins Veräppeln? Irgendwie. Weiß ich auch. Ah. Ne, nix striegeln. Du sollst das Tor hier aufmachen. Ja, das ist doch zum Mäusemelden. Ja. So. Werdet glücklich. So. Äh. Ne. Wir wollen dann mal einsteigen. So. Wir müssen aber erst mal was nachgucken. Ich muss nämlich mal was testen. Ich bin mir dann nämlich nicht so sicher. Achso, wird jetzt gar nicht angezeigt, ne? Oh, oh. Sind wir kein 90 Fitness? Ja, ja. Schön, dass mir das Pferd gerade angezeigt worden ist, ne? Vor dem Momenten Lenkrad. Ja, ja. Aber so geht's auch, ne? So, halt mal an. Halt doch mal an. Denn wir bist du dösig, oder wat? Druck. Machen wir den F1 aus. Machen wir C. Geht das hier gar nicht? Gibt's auch einen zweiten Gang? Tatsache. Guck mal. Hat das auch eine Hupe? Bremst du mal? Toll. Die sind ja auch ein bisschen Boni-Sheet hier zu fördern, we? Machen wir rückwärtsgang rein. Hupe ist auch kaputt. Ich wollte doch keine Zeugen, dass man die auch mal spazieren führen muss. Komm, wir latschen mal hier über den Hof. Hupe geht nicht. Hupe ist kaputt. Aber da hat die auch so schlechten Rückwärtsgang gehabt, diese ollen Gäule, ne? Haben die Licht? Haben die auch nicht? Ich seh auch gar nicht straßenverkehrstauglich. Ich möchte das ausprobieren, ob die Fitness besser wird und die Kohle, wenn du die selber reitest, anstatt dieser Horsailper, der macht, ne? Aber ich seh auch gar nicht, wann die gut sind. Ach doch da, 30% schon. Hier, guck mal. Das sind deine Kumpels. Nennt man Schnitzelstickdose. Jetzt muss ich wieder einen Rückwärtsgang rein machen. Oh, die haben sich erschreckt. Die mögen Kalline nicht. Kalle! Wollt's mitfahren? Hat da einer hingepuschert? Nee, nicht so schnell. Und welcher See-Kong-Boy? Komm mir vor wie John Wayne. Das Ding muss ich auch noch verkaufen, ne? Jetzt hab ich den Shader Cage gelöscht. Jetzt flacken die immer noch die alten Sauböcke. Wo bist du denn gegengeheizt? Bist du dörsig, oder wat? So richtig Bock hat die auch nicht auf Ausreiten, du. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Guck mal, wie die mit den Hintern wackelt. Was ist denn Kanter? Wir müssen noch einmal um den Hof drum zuheizen, ne? Da dauert ja eh weh. Weitere neu. Du kannst nicht Fieber machen, du. Aber das ist erledigt. So schnell heizen darfst du da ja auch nicht mit, ne? Weil die da gar nicht gewohnt sind, hier. So lange Auslauf zu haben. Kalle reitet die ja nicht. Hier an unseren Goldstücken vorbei, ne? Die Mokus. Hier hab ich grad extra gesagt. Ne, ich kann euch eigentlich auch noch hier durch die Wiese und hier rundherum durch die Gegend heizen. Guck mal, der Hoppelhäschen. Direkt gemerkt, dass der Dörter oppe ist, ne? Zack, sind sie da. Ah, ich mag die Hoppelhäschen. Das ist mal ein cooles Gimmick gewesen. Eine Runde noch, dann haben wir's geschafft, wa? Dann lauf den Laden, du. Ich glaube, wir brauchen nicht mal ne ganze Runde. Bich mal hier ab. Guck mal, der Leckohäu. Extra für euch gemerkt, du. Mit viel Liebe und wenig Drehzahl. Toll. Und wenn dem Ding mal nicht gut ist. Sind schon ein bisschen dreckig geworden, weh? Jetzt müssen wir auch, glaube ich, so langsam Anker schmeißen hier, weh? Halt mal an. Anhalten, hab ich gesehen. Steig mal ab hier von den Hubel. Oh, die ist da ganz hinten. Ja, guck mal her. So, den müssen wir auch noch durch die Gegend schuppern, ne? Weh, das ist doch nicht besser. Die hat Bock, ne? Kalle. Komm, guck mal eben, was die Vögelchen da hinten machen. An unserer Vogelaufhaltestelle. So viel Zeit muss sein, ne? Mit dem Pferd auf dem Frühling unterwegs. Ey, dass ich das mal mache, ne? Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, du. Was würden sie machen? Und hier? Hier läuft der Laden, ne? Guck mal, Kalle. Haben wir extra hier für die Piepmätze gebaut, du. Halt doch an, du Saubock. Ne, du musst da hingucken. Extra für die Piepmätze, ne? Damit die das hier gut haben. Ja, sag ich dir. Wann mal an. Fahr mal wieder nach vorne. Oh, 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 oh. Der Bock. Was war das denn? Was war das denn? 65 Euro fürs Galoppieren, oder was? Guck mal, Kalle. Hier haben wir extra noch Crossy-Leiche für die BGA. Damit das im Winter warm ist bei euch. Siehst du? Soll ich dir das mal zeigen? Komm, da können wir nämlich auch mal Stoff geben. Mal gucken, was du so bringst. Oh, du hältst doch... Du hältst doch eine Kollision, du. Du musst auch Gas geben hier. Alter, nein. Ist das alles, oder was? Mir geht das nicht. Galle, Galle, Galle. Bin ein bisschen enttäuscht von dir. Hoppadop, 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 hoppadop. So, langsam da durch. Mal gucken. Galle, langsam. Abstandhalter rausmachen. So, und dann ab zu der Gestallung. Nicht da bei der Bäckerei oder Restaurant vorbei. Das sind Halsabschneider. Die Zorn nicht gut. Oder muss er einen Appel reinten rausschmeißen. Dann halten wir da an. Guck mal, wie dreckig die werden, die Sauböcke. Wolltest du mal durch den Ölrettich heizen, Galle? Sollen wir das mal machen? Dann lohnt sich auch hinterher das Putzen, du. Na dann, hopp, hopp, hopp. Öfter mal was neu ist, ne? Die Schäde, okay, Schatz, die gelöscht, ne? Alles klar. Halt an. Anhalten. Und die haben ja auch keinen Bock an zu halten, hier, ne? So, geh mal beiseite da mit dem Hese. Die Kalle ist ja noch voll dreckig. So, jetzt lasst uns nochmal eben reingucken. Äh, Tiere, ne? Guck mal, tägliches Reiten, Fitness, 0%. Ich glaub, der Horse-Helver, der greift hier gar nicht. Hier hätten das schon lange viel weiter sein müssen. Oder? So, das läuft hier. Alles tut die. Läuft, das haben wir, ne? Die, oh, die haben schon wieder 106. Oh, wir haben die Wolle noch auf dem Feld, ne? So, kann ich hier auflassen, oder wat? Ja? Gut. Wir müssen doch die Wolle vom Feld holen. Mach mal aus hier. Jetzt vergesse ich das nämlich auch wieder. Oh, ne. Nur noch ein bisschen Schub geben. Ne, vorwärts. So, das haben wir aber gut weggeräumt. Du hast das gesehen. Ich lobe mich ja nicht oft selber, ne? Aber da hatte ich immer wieder einen Geistesblitz. Ist das eine Palettengabel? Ja. Läuft. Abfahrt. Ich schwor, das steht ja unten in dem Weg. Oh, die ist aber auch nicht krass, du. Und um Pflegeschnitten machen, weh? Nee, nee. Nee, nee. Weiß ja auch nicht. Was sollen wir mit dem ganzen Gemüse im Moment? Oh, Generechen. Oh, oh. Ey, wenn dort mal nicht Premium war, wa? So, bringen wir das eben weg. Mit Mops Geschwindigkeit zum Hof, ne? 366 Liter. Die spacken schon wieder durch den Weg. Wie siehst du das? Hier hat er ein bisschen mal lässer, ne? Aber sonst läuft der Rube. Ich kann mich nicht beklagen. Eigentlich kann man doch hier in die Halle räumen, oder? Dafür ist sie doch gut. Und dann stellen wir die hier so an die Seite hin. Und da so. Haben wir das auch geschafft. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bitte hier ganz ehrlich. Däumchen wäre ein Träumchen. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.